Auf jeden Fall. Es nimmt halt mit und fertig. Ist ja Ihre Entscheidung, dann geht es ihr besser. Ich glaube, ihr geht es besser. Auf jeden Fall. Ist ja freiwillig. Ist ja nicht gezwungen. Auf jeden Fall, eben. Wenn sie freiwillig geht, dann ist das Ihre Entscheidung. Und dann muss man damit rechnen, dass es ihr da besser geht. Auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Man hat sie auch schon gesehen. Er hat auch keinen Bock mehr gehabt. Aber ich hätte erwartet oder gedacht, dass sie richtig durchzieht. Ja, dachte ich auch. Wenn es ihr nicht gut geht, dann besser so. Aber weißt du, wenn du ein Wiedersehen hast wieder. Ich glaube dann ... Ich weiß nicht, ob das wirklich einem gut tut.